Ja, ich wurde ja gekündigt und ja, jetzt habe ich einen Schadenssatz gefordert, weil es gab eigentlich Entschlichtungsurteile. Und dann hat man die Haushaltungsshow verändert, dass die unakzeptabel für mich war. Ich habe dummerweise den Mietvertrag nicht unterschrieben. Ich hätte danach klagen können, ich war in Obdachlosigkeit. Und wie ich ihr die Rechnung gegeben habe, habe ich gesagt, da beißt du auf Granit. Und man muss manchmal auf Granit beißen, weil der nicht ewig hält. Da beißt du auf Granit, gestört durch kleinen Splitt, bereit für nächsten Schritt und kämpft damit. Der hat halt zu viel, dank ungerechtem Spiel, bist kaum noch mobil, verlierst Gefühl. Der mein nicht geben, Einstellung zum Leben, will da zu nicht reden, wirst zertreten. Du willst es lassen, dich damit befassen, nie Chancen verpassen, ich würde dich hassen. Der wird verlieren, der Hass nicht mehr führen, Leben neu buxieren, Liebe spüren. Granit ist gesprengt, euch neue Kraft geschenkt.